Anders als etwa auf den Rohstoffmärkten, auf denen vertretbare Sachen im Sinne von § 91 BGB gehandelt werden, liegt die Besonderheit wertvoller Kunstwerke in ihrer Einzigartigkeit und dem damit verbundenen emotionalen Charakter. Eng hiermit verknüpft ist naturgemäß die eher geringe Transparenz des Kunstmarktes, auf dem lediglich ein Teil über Galerien und Auktionen vertrieben wird, ein erheblicher Teil daneben über stille Privatverkäufe auf dem Sekundärmarkt. Soll der Erwerb eines Kunstwerkes finanziert oder ein bereits erworbenes Kunstwerk als Kreditsicherheit zur Beschaffung von Liquidität eingesetzt werden, stellen sich infolgedessen verschiedene Finanzierungs- und allgemeinzivilrechtliche Fragen. Welchen Prinzipien die Finanzierung von und mit Kunstgegenständen unterliegt und wo aus anwaltlicher Sicht hier die Knackpunkte liegen können, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go Beyond Return! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Ahelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. Neben dem emotionalen Wert von Kunstwerken und Kunstsammlungen spielen besonders bei Vermögensverwaltern und Family Offices häufig auch Investmentüberlegungen eine zumindest untergeordnete Rolle. Aus Finanzierungssicht haben Kunstwerke insoweit zwei Dimensionen. Einerseits kann natürlich der Erwerb oder Zwischenerwerb selbst finanziert werden und andererseits können bereits erworbene Kunstwerke nachträglich als Kreditsicherheit eingesetzt werden und dadurch sozusagen aus einem an sich wenig liquiden Asset neues Finanzierungspotenzial erzeugt werden. Möchten Sie ein Kunstwerk bzw. eine Kunstsammlung beleihen, gibt es nach deutschem Rechtsverständnis grundsätzlich drei Möglichkeiten, Sie Teil einer Finanzierungstransaktion werden zu lassen. Erstens durch Verpfändung des oder der Kunstwerke selbst, zweitens durch eine sogenannte Sicherungsübereignung und drittens im Wege einer Anteilsverpfändung an einem Rechtsträger, der das Eigentum an den Kunstwerken hält. Die Verpfändung ist in den § 1204 fortfolgende BGB geregelt. § 1205 BGB bestimmt Bestellung. Zur Bestellung des Pfandrechts ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Gläubiger übergibt und beide darüber einig sind, dass dem Gläubiger das Pfandrecht zustehen soll. Ist der Gläubiger im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über die Entstehung des Pfandrechts. Das ist das sogenannte Faustpfandprinzip im deutschen Zivilrecht. Dem Pfandgläubiger, also dem besicherten Finanzierer, muss Besitz an der verpfändeten Sache verschafft werden, er muss sie also sprichwörtlich in seiner Faust halten können. Das würde im Ergebnis also bedeuten, dass der finanzierenden Bank mindestens mittelbarer Besitz am Kunstwerk verschafft werden müsste und der Sicherungsgeber kein Besitzrecht mehr zurückbehalten dürfte. Das ist allerdings häufig nicht gewünscht bzw. nicht sinnvoll umsetzbar. An dieser Stelle kommt deshalb die von der Vertragspraxis entwickelte Sicherungsübereignung ins Spiel. Der Kreditnehmer überträgt hierbei das Eigentum am Kunstwerk im Wege eines sogenannten Besitzkonstituts an den Finanzierer. Lesen wir mal in § 930 BGB rein. Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, Vermöge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz erlangt. Der Darlehensnehmer bleibt hierbei also im Besitz des Kunstwerks bzw. der Kunstsammlung, überträgt aber gleichzeitig nach Maßgabe eines Sicherungsvertrages das Eigentum daran an den Finanzierer. Aus einem Eigenbesitz wird hier ein sogenannter Fremdbesitz. Der Finanzierungsschuldner hält das Kunstwerk zwar weiterhin in seinem Besitz und kann es zum Beispiel ausstellen oder verwahren lassen, allerdings wird dieser Besitz aufgrund eines Besitzmittlungsverhältnisses fortan für und im Interesse der Bank gehalten. Die dritte Möglichkeit der Beleihung von Kunstwerken, die Anteilsverpfändung, ist schließlich eng verwandt mit der ersten. Statt einem Faustpfand an den Kunstwerken selbst werden die Kunstwerke hierbei auf einen separaten Rechtsträger übereignet, beispielsweise eine GmbH. An den Anteilen an der GmbH wird schließlich dem Finanzierer ein Pfandrecht eingeräumt. Sollte nun der Sicherungsfall eintreten, kann die besicherte Bank das Pfandrecht an den Anteilen verwerten, beispielsweise nach den marktüblichen Vertragstexten auch im Zuge eines freihändigen Verkaufs am Markt. Der Vorteil ist hierbei wie auch schon bei der Sicherungsübereignung, dass kein Faustpfandrecht an den Kunstwerken begründet wird und diese deshalb als Besitz der GmbH durch deren Geschäftsführung verwahrt oder nach Maßgabe der Vereinbarungen mit dem Gläubiger gemäß den Finanzierungsdokumenten ausgestellt bzw. sogar verliehen werden können. Zu beachten ist, dass eine Anteilsverpfändung der Pflicht zur notariellen Beurkundung unterfallen kann, so beispielsweise im Falle der GmbH nach § 15 Abs. 3 GmbH-Gesetz. Hierfür müssten also ebenfalls Kosten eingeplant werden. Okay, in der Finanzierungspraxis stellen sich insoweit jedoch im Wesentlichen zwei Kernprobleme. Erstens das Problem der Asset Cover und zweitens das Problem der für die Transaktion einschlägigen Rechtsordnungen bzw. Jurisdiktionen. Um das Problem der Asset Cover zu verstehen, müssen wir uns erst in der Finanzierungspraxis drei möglichen Besicherungsmodi vor Augen führen. Erstens die Non-Recourse-Finanzierung, zweitens die Limited-Recourse-Finanzierung und drittens die Full-Recourse-Finanzierung. Recourse bedeutet übersetzt so viel wie Regress oder Rückgriff. Entsprechend meint eine Non-Recourse-Finanzierung eine Finanzierung, bei der kein Rückgriff auf den Darlehensnehmer außerhalb des gewährten Sicherheitenpakets möglich ist. Wird also beispielsweise ein Betriebsmittelkredit für ein Unternehmen im Wege der Sicherungsübereignung einer Kunstsammlung besichert, kann der Darlehensgeber im Falle eines Defaults ausschließlich auf diese Sicherheiten zugreifen. Bei einer Recourse-Finanzierung wird darüber hinaus zusätzlich ein Rückgriff auf vermögende Personen bzw. Rechtsträger hinter dem Darlehensnehmer gestattet, beispielsweise durch Gewährung einer Personalsicherheit in Form einer Bürgschaft oder Garantie. Im Falle einer Limited-Recourse-Finanzierung wird, Sie ahnen es schon, ein limitierter Rückgriff auf einen bestimmten Vermögensteil oder bis zur Höhe eines bestimmten Caps zugelassen. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, kann ich Ihnen an dieser Stelle mein Video zum Thema Kreditvertrag, Kreditsicherheiten, Kreditkündigung und Zwangsvollstreckung in der Unternehmensfinanzierung empfehlen. Dort bin ich detailliert auf das vertragliche System aus Kreditcovenants, Default und Sicherheitenverwertung in modernen Darlehensverträgen eingegangen. Denklogisch sind Non-Recourse- und Limited-Recourse-Finanzierungen nun insoweit komplizierter, als dass der Kreditgeber natürlich zunächst eine möglichst genaue Bewertung der beliehenen Kunstwerke vornehmen wird, etwa durch das Wertgutachten eines renommierten Kunstdachverständigen und gegebenenfalls eine juristische Risiko-Evaluierung. Im Falle einer Full-Recourse-Finanzierung ist die Bewertungsfrage demgegenüber nachrangig, weil der finanzierenden Bank ein Rückgriffsrecht auf eine vermögende Privatperson oder einen vermögenden Rechtsträger etwa im Wege einer Bürgschaft eingeräumt wird. Dadurch, dass der Kunstmarkt jetzt naturgemäß eher intransparent und volatil ist, kann sich im Falle der Non-Recourse-Finanzierung das Problem ergeben, dass eine Unterbesicherung eintritt, wenn ein beliehenes Werk an Wert verliert. Der Darlehensvertrag wird deshalb für einen solchen Fall Regelungen über nachzustellende Sicherheiten treffen. Daneben wird der Kreditvertrag umfangreiche Auflagen zu Umgang, Verwahrung und Versicherung des oder der Kunstwerke machen, natürlich um die Werthaltigkeit der Kreditsicherheiten sicherzustellen. Hinsichtlich der zweiten Frage, also der nach dem anwendbaren Recht, gilt im Falle der Realsicherheiten das sogenannte Prinzip der Lex Reisite, des Belegenheitsortes der Sache. Deutsche Kreditsicherungsmittel am Kunstwerk selbst können also nur dann bestellt werden, wenn sich das betroffene Kunstwerk in Deutschland befindet oder demnächst nach Deutschland verbracht werden wird. Das ist allerdings nicht zu verwechseln mit dem Vertragsstatut. Sie können selbstverständlich einen Darlehensvertrag nach deutschem Recht mit einem Finanzierer abschließen und das deutsche Darlehen mit einem ausländischer Jurisdiktion befindlichen Gegenstand besichern. Befinden sich Sicherungsgegenstände etwa dauerhaft in den USA oder in Frankreich, wird lediglich die Kreditsicherheit unter Hinzunahme eines lokalen Anwalts nach amerikanischem oder französischem Recht veranlasst. Ihre Verhandlungspartner und ihr Finanzierungsanwalt sitzen aber nach wie vor in Deutschland. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Immer dann, wenn Vermögensverwalter oder Family Offices Finanzierungs- und Investitionstransaktionen eingehen, sind tiefgreifende aufsichtsrechtliche Fragestellungen häufig nicht weit entfernt, namentlich im Kontext des Kreditwesengesetzes KWG und des Kapitalanlagegesetzbuchs KAGB. Zum besseren Verständnis dieses in meiner anwaltlichen Praxis wichtigen Teilaspekts hatte ich kürzlich ein eigenes Video veröffentlicht. In diesem Video geht es zwar primär um PE- und VC-Investments von Family Offices und Vermögensverwaltern, die aufgegriffenen Fragen können sich teilweise aber auch bei klassischen Asset-Investments stellen. Einen Link hierzu finden Sie in der Beschreibung. Die Beleihung von Kunstwerken und Kunstsammlungen ist nach deutschem Rechtsverständnis also auf verschiedene Arten möglich. Über die klassische Bestellung eines BGB-Pfandrechts, eine Sicherungsübereignung oder auch über eine Anteilsverpfändung an einem die Kunstwerke haltenen Rechtsträger. Besonders im Falle einer sogenannten Non-Recourse-Finanzierung stellt sich dabei in der Praxis das Problem der Bewertung des Sicherungsgegenstandes sowie eine Aufrechterhaltung der sogenannten Asset-Cover. Hinsichtlich des anwendbaren Rechts ist zudem der Grundsatz der Lex Reisiter zu beachten, wonach deutsches Sachenrecht nur dann anwendbar ist, wenn sich der Gegenstand auch in Deutschland befindet. Die Finanzierung selbst kann aber auch bei im Ausland befindlichen Kunstgegenständen natürlich nach deutschem Recht verhandelt werden. Zum Schluss noch einmal der kurze Hinweis auf meine beiden Videos zu den Themen Kreditvertrag und Family Offices, die ich zur weiteren Vertiefung wärmstens empfehlen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal hier bei Beyond Return. 1